Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Elden Wake 2. Oha, was geht denn hier? Bitch Slap, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Es fühlt sich sogar schlimmer. Aber danke für die resten von mir. Wir sollten sprechen. Wo ist Wake? Ich weiß, was passiert hier. Wake kann das tun. Allen Wake ist ein peri-Utilitarian. The Wort ist ein Mouthful, so Sie wissen, es ist ernst. Wir haben ihn in den Hälften, per Protokoll. Er ist mit dem Schatten in eine Art Art. Okay. Estevez. Ich muss sie sehen, Wake. Wie komme ich in den Hälften? Okay. Protokolls nicht so viel an dieser Stelle. Ich mache mich nicht das, Andersson. Die Tür zu den Hälften wird nicht öffnet. Es gibt eine Fuseboxen in der Basement. Hier. Ich brauche diese Käse. Sie schreien sich zu den Hälften. Entschuldigung. nice hast du hast du den schlüssel gerade in den automaten reingeworfen du hast du die frequenzierung der ganze Zeit? die Eavesdrohung ist ein großer Teil der Arbeit aber nein, ich habe es von deinem Partner Anderson, schaue eine Füße, um zu verabschieden die in der Füße das soll die Kraft wiederholfen werden ja, auf es eine Füße Kulte und der eine Füße, um zu verabschieden zu werden Vielen Dank. Kasey! Is that you? Anderson? Hold your fire! I'm coming in! Hey Anderson, like what I've done with the place. Hmm. Could use a bit more Goliath. Who's Kasey? Stay put, Kasey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Ah, da! Oh Gott! What are you holding up? Ah, don't give me that worried look, Anderson. It's just, it's a flesh wound. Give me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? Watery turned out to be a good lead. Found the clicker. And the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, uh... The story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What are you, um... Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story, too. I'm fighting for them all now. I'm gonna fix this, Casey. You. Logan. All of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. I'll take care of it. I'll take care of it. Why am I talking about this? Mm-hmm. I could be worse than it. Vielen Dank. Hier komme ich her. Vielen Dank. Vielen Dank. Andersen, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostels that were in there are on the loose. Yeah. Yeah. This is a safe room. Oh, no. Jetzt ist es gar nicht. Shit! Ich fühle mich gerade broken. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ich bin nicht durch. Die Leiche ist im Weg. Oh, man. Oh, man. Oh. 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 Ich bin der Saga. Du f***ing shutt mich. Typical government stooge. Send me out so I can kill him. That f***er. You come to our town and act like you know what you're dealing with. But you have no f***ing idea. Let us out. You can't stop it. None of you can. Do you have it? We can take care of this. We've been preparing for this. Well, it's Wake. I have the clicker. What? You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry. Ist das überhaupt Wake? Oder ist das Scratch? Ja, die haben, glaube ich, recht. Ja. Das ist Scratch. We've been waiting for you, motherfucker. I'm gonna f***ing destroy you. No, hell no. Ich gebe dir einen Scheiß. Muss ich weg, oder? Aber wo bin ich? Wo sind wir? Das werde ich nicht schnell genug kennen. Ich kann sie auf von hier. Das kriegen wir nicht schnell genug hin, ey. Okay. Okay, das müssen wir auch nicht. Mein Gott. Das ist auch fies, wenn ich teleportieren kann, einfach. Ja. Ja. Ich habe den Hintel bekommen. Wo ist Scratch? Scratch this motherfucker. Aua, aua. War nice. zielig so heftig auf die nerven alter ja okay die respektlos ich sollte echt auf wenn dieses ding zu aktivieren ja rotflinde in die fresse das hat immer funktioniert mein gott jetzt 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 wechseln wechseln jetzt 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 wechseln wechseln jetzt jetzt wechseln 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 Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing. Not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just named it half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. Fear is a great motivator. Fear is a great motivator. It's empty. There's nothing there. Just darkness. It's empty. There's nothing there. Just darkness. It's empty. There's nothing there. There's nothing there. Nothing there. There's nothing there. It's empty. Let's see. Oh. unfold.